Hallo liebe Cowboys Familie, ich darf euch im Namen der gesamten Vorstandschaft und des gesamten Vereins ein wunderschönes Weihnachtsfest wünschen und einen Rutsch in ein sehr friedvolles, sportlich gesundes und erfolgreiches Jahr. Dieses Jahr hat uns sehr oft gezeigt, wie dankbar wir sein müssen für alles was wir haben, die Ereignisse ums OEZ, auch die jüngste Vergangenheit hat uns gezeigt, dass es ein Geschenk ist, wenn man in Frieden und Freiheit und gesund seinem Hobby nachgehen darf und dafür danken wir allen, allen Mitgliedern, allen Aktiven, allen Passiven, den zahlreichen Ehrenamtlichen Helfern, unseren Sponsoren, vielen Freunden der Munich Cowboys und ganz besonders euch, den Fans der Munich Cowboys. Also nochmals, vielen Dank für eure Unterstützung 2016, ein friedvolles, gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und for all of our English-speaking fans and friends, thanks for your support, a merry, merry Christmas and a happy new year.